Hallo zusammen, ich bin der Deutsche Lange, wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um zwei Toys, die wir über ein Promotion Event bekommen können und zwar kommt ja jetzt bald die neue Expansion raus, der War Within, und dort können wir jetzt die Collectors Edition kaufen und die beiden Toys, die ich euch heute zeigen will, die gibt es beide über die Collectors Edition. Da gibt es ja verschiedene Versionen, die man aktuell holen kann, also Collectors Edition ist der alte Begriff, mittlerweile sind es ja die drei Editionen, quasi episch, HC und Base Version, und beide Toys, die wir uns heute anschauen, die gibt es über die teuerste Variante, also die epische Edition. Hier auf der Shop-Seite gibt es einmal so ein bisschen eine Aufzählung, ich habe die ja euch schon auch im Mount-Video gezeigt, und die beiden Toys haben wir hier ganz unten, das einmal Sandkasten, Sturmgreif, und dann haben wir einmal Effekt irdischer Ruhestein des tiefen Bewohners, die beiden sind das, und wie ihr hier seht, da ist der Haken nur bei der epischen Edition. Für die Base- und HC-Version gibt es natürlich auch alle möglichen anderen Sachen, aber wie gesagt, das habe ich euch im anderen Video schon gezeigt, und da werden wir jetzt mal nicht mehr im Detail drauf eingehen. Hier haben wir einmal das Mount, was es ab der HC-Version gibt, auch das habe ich euch ja im anderen Video schon gezeigt. So, jetzt gucken wir uns einmal das Toy an, beziehungsweise die beiden. Wir haben hier einmal Sandkasten, Sturmgreif, den können wir mal aufstellen. Der Effekt zum Aufstellen ist schon relativ cool, und ihr seht, es sieht relativ ähnlich wie das Mount aus. Hier so ein bisschen Holz geschnitzt, schon ganz cool. Und ja, das ist quasi so ein kleines Spielplatz-Spielzeug hier, wo wir drauf reiten können. Es fippt auch ein bisschen mit. Wir haben auch drei Buttons, das Problem ist, diese Buttons, naja, da ist aktuell nichts. Ich vermute, das wird vom Blizzard noch nachgereicht, oder das ist ein Bug. Ich würde es euch gerne zeigen, aber aktuell funktioniert es leider noch nicht. Und die zweite Geschichte ist dann ein Ruhestein, und zwar Irrdener Ruhestein des Tiefenbewohners. Und jetzt gehen wir mal hier ein bisschen weg, dass wir das ein bisschen besser sehen. Und das ist einfach quasi ein Ruhestein, den wir hier verwenden können. Und wir haben dann so einen Blitzeffekt, der ganz cool aussieht, muss ich sagen. Also macht tatsächlich was her. Wir leuchten auch im ganzen Körper. Jetzt brechen wir es mal ab, weil wegporten will ich mich nicht. Und ja, das sind quasi die beiden Geschichten, die man kriegt. Zusätzlich gibt es ja auch noch das Mount, wenn ihr euch die epische Version kauft. Ähm, Upgrade kriegt ihr ja auch noch. Also wir können jetzt mal nochmal kurz auf die Liste gucken. Ihr kriegt ja noch ein bisschen Spielzeit. Ihr habt einen Early Access, einen Beta-Zugang habt ihr. Dann Transmog-Gewand gibt es ja noch ein paar Händler-Devisen, abhängig von der Version, die ihr kauft. Das Mount kriegt ja einen 70er-Upgrade. Also es ist einiges dabei, aber natürlich ist es auch nicht ganz günstig, das Ding. Yuji, das war es soweit mit dem kleinen Toy-Guide. Habt mich gefällt, dass ihr dabei wart. Euer Tilar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.